Musik Da fährt man hin. Es ist immer viel los und da ist es eigentlich ganz schön. Da kann man in den Sommer hingehen. Da sind auch immer Fahrräder da. Man sieht als erstes immer den Eingang. Da kann man zum Beispiel auch Eis essen. Da war ich auch schon, wo ich vier war drin. Ich auch. Ich auch. Bleiben Sie dran, denn gleich gibt es weitere Tipps. Oh nein, wie ärgerlich. Ein Glasschaden. Was machen Sie jetzt nur? Ganz einfach. Sie rufen die Hotline von Vintec Autoglas an. Wir helfen Ihnen sofort. Vintec Autoglas bietet Ihnen Premium-Service und Top-Qualität. Vintec Autoglas. Für Qualität und Service in Ihrer Nähe. Ihr McDonald's-Restaurant mit McCafé. Burna im Gewerbegebiet am Wilhelmschacht. Individualität, Modernität, Sicherheit. Burna Wohnungsgenossenschaft. Ihr Wohnraum zum Glück. Wenn man reinkommt, muss man da erst mal bezahlen. Ich und mein Papa und meine Schwester gehen immer. Und das kostet sechs Euro. Wir kommen immer an, dann breiten wir eine Decke aus. Da gibt es nur andere Kinder. Und da gibt es kein Dach. Ja, und man kann sich auch manchmal das Essen mit auf der Decke nehmen. Eine kälte Kohle oder ein Bratwurst oder so was. Da gibt es so ein Netz, wo man ein Bello rüberwerfen kann. Da bin ich mal ausgerutscht. Auf dem Popo. Da kann man immer so draußen und drinnen. Und da gibt es eben auch große Rutschen und so. Da gibt es so eine gelbe Rutsche, die ist toll. Wirklich richtig toll. Und da gab es auch noch so ein Schiff, also so ein Piratenschiff. Da gab es auch einen Kinderwasserspielplatz. Hier, wenn wir Freunde haben, können wir sogar mit dem Ball hin und her in Wasser spielen. Bleiben Sie dran, denn gleich gibt es weitere Tipps. Küche aktiv. Unser Name ist Programm. Und das seit über 25 Jahren. Traumküchen nach Maß. Alles aus einer Hand. Küche aktiv. Ihr Küchenspezialist in Meuselwitz, Markleberg, Frohburg und Oberlichtenau. Auf ins Neuseenland. Der Saison- und Linienverkehr der Regionalbus Leipzig GmbH bringt Sie an die schönsten Seen und zu vielen weiteren attraktiven Zielen im südlichen Leipziger Neuseenland. Regionalbus Leipzig. Gehen Sie mit uns auf Entdeckertour. Welches Hörsystem ist das Richtige für mich? Jetzt kostenfrei Probe tragen. Kufs Hörakustik. Wir beraten Sie gern. Kufs Hörakustik Meisterbetrieb in Borna und Kreutsch. Man kann auch rutschen da drinnen. Die gelbe, die war hier die höchste. Und da gibt es auch große Reifenrutschen. Das hat einen Strand. Und man kann auch im Wasser spielen. Da kann man sich halt erfrischen. Und man kann auch Ringe tauchen. Da kann man richtig schön schön. Baden gehen. Bleiben Sie dran, denn gleich gibt es weitere Tipps. Eis, Kuchen und Turten aus eigener Herstellung. Oder etwas Herzhaftes. Wir haben auch das für Sie. Mh, einfach lecker. Eiskaffee Zwenkau. Leipziger Straße 9. laughter chucke Chucke a a Untertitelung. BR 2018 Wenn man raus möchte und man möchte schwimmen, da geht man da hin. Das ist halt so ungefähr wie ein Pool. Da ist eigentlich ein ganz normales Becken, nur kälter. Ist so wie eine riesige Badewanne mit voller Wasser. Man kann das Schwimmen üben, von Sprungbrett springen. Da kann man auch vom Turm am meisten springen, aber nicht immer. Da gibt es Fünfer, Dreier, Zehner. Da geht man in eine Treppe hoch und da springt man dann dort runter. Ich bin schon mal von 10 Meter drum gesprungen. Man kann da tauchen. Da gibt es halt sehr tiefe Becken und nicht so tiefe Becken. Und noch ein Babybecken. Wenn der Bademeister nicht tippt, der geht mir manchmal raus. Und da nehme ich anlaufbarfuß und mache dort eine ganz große Arschbombe rein. Sommer, Sonne, Sommerräumung. Wir schaffen Platz für neue Modelle. Jedes Jahr aufs Neue ist es so, dass die Möbelmessen kommen. Und wir natürlich in der Ausstellung gerne Platz machen möchten für die aktuellen Trends, die neuen Farben, neue Funktionen. Viele Musterstücke sind stark reduziert. Teilweise um die Hälfte und mehr. Wenn man das möchte, sofort lieferbar. Matratzen, super Aktion. Die Industrie räumt die Matratzenlager. Deswegen gibt es viele Matratzen zum halben Preis. Geschenkartikel und Boutique. Viele Kunden wissen ja, dass wir auch Dekorationsartikel anbieten. Auch hier wird Platz gemacht. Da gibt es jetzt aktuell fast alles zum halben Preis. Sollte es jetzt so sein, dass von den reduzierten Sachen einfach nichts zu Ihnen passt, weil zu groß, weil zu klein, weil eine Funktion fehlt, gibt es auch auf Neubestellungen für Möbel und Küchen Zusatznachlässe von der Industrie, die wir Ihnen selbstverständlich großzügig anbieten können, sodass für jeden einfach was dabei ist. Trotz der starken Reduzierung können Sie alles, was Sie kaufen, bei uns bis zu fünf Jahre ohne Zinsen finanzieren. Deswegen kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie. Sommer, Sonne, Sommerräume. Westik-Minismus. Sonne, Sommerräume. �� ל- union録ierende Vielen Dank.